Eindeutiger Zuspruch für die Endmüllaktion auf der Fläche des zukünftigen Naturerfahrungsraums Spiroweg gab es von der Klasse 3a und deren Klassenleiterin der Christian-Morgen-Stern-Schule und der Klasse Pippis-Piraten der Astrid-Lindgren-Schule in Stärken. Auf dem 6400 Quadratmeter großen Gelände zwischen Spiro und Cosmaweg soll noch in diesem Frühsommer ein Naturerfahrungsraum entstehen. Ein naturbestimmter Spielraum für Kinder, der ohne technische Geräte auskommt. Im Zuge der Planung wurden die Klassen beteiligt. Den Kindern wurde die Gelegenheit gegeben, die Fläche zu entdecken und frei zu bespielen. Anschließend konnten sie ihren eigenen Gestaltungsideen in kreativen Modellen Ausdruck verleihen und ihren Schulkameraden vorstellen. Ein Prozess, der ihnen sichtlich Spaß machte und in dem sie sich die Fläche in gewissem Maße bereits angeeignet haben. Die Kinderbeteiligung trägt bereits Früchte. Denn ganz selbstverständlich waren die Kinder bei der Müllaktion am 13. April 2016 dabei. Hallo, wir haben heute eine Entrüplungsaktion mit Spaß geplant. Und zwar im Naturerfahrungsraum am Spiroweg in Spandau-Starken. Hier wollen wir auf einer Brachfläche eine Naturspielfläche für Kinder einrichten. Ohne Spielgeräte, wo sie alle machen können, was sie wollen und hoffentlich auch viel Spaß haben. Und da das bisher immer als Kundeauslauf, als Müllabladeplatz genutzt worden ist, haben wir verschiedene Schulen und Kitas eingeladen, ob sie uns helfen, schon mal den Müll zu beseitigen, damit man auf dieser Fläche überhaupt spielen kann und auch Schilder zu malen, damit wir sagen, hier ist jetzt unsere Fläche, hier dürfen wir jetzt spielen und machen, was wir wollen. Und keiner soll mehr seinen Müll hier ablegen. Das haben wir uns für heute vorgenommen. Ganz viele Kinder sind gekommen und nehmen teil und haben, glaube ich, auch ihren Spaß an der Aktion. Geplant und organisiert wurde dieser Tag von der Stiftung Naturschutz Berlin, dem Bezirksamt Spandau, dem Planungsbüro Naturspielraum, dem Verein Staccato Kinder- und Jugendhilfe und dem Gemeinwesenverein Heerstraße Nord. Das Vorhaben wird durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit sowie durch den Bezirk Pankow und die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin gefördert und vom Landesbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege Berlin unterstützt.